ja hallo gaming freunde herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist euer game collector heute ist der 30 oktober ich habe heute post von amazon bekommen und zwar gran turismo der film ist jetzt endlich im 4k steelbook erschienen ich habe den film nicht im kino geguckt ja irgendwie ging nicht an mir vorbei aber irgendwie hatte keinen keinen rechten bock mit den anzugucken im kino deswegen habe ich jetzt lieber darauf gewartet wenn er natürlich dann für die heimkino veröffentlichung kommt ja wir haben hier das amazon exklusives steelbook es gibt noch ein standard steelbook das hat dann einen anderen hintergrund der ist dann sozusagen so orange so im sonnenuntergang das hätte ich mir auch mal bestellt mal gucken welches der beiden besser ist habe ich aber bei j pc bestellt ist aber noch nichts angekommen ja jeder kennt die geschichte von gran turismo denke ich da geht es um einen jungen mann der dutzende von gran turismo wettbewerbe gewonnen hat unter 99.000 durchgesetzt und jetzt hat er die chance eben eine rennlizenz zu bekommen und bei echten rennen mitzufahren könnt ihr euch alles durchlesen steht natürlich ja alles drauf gucken uns gleich an hier sieht man es zum ersten mal zum beispiel dass eben play on pictures jetzt hier dem vertrieb in deutschland für die sony filme übernimmt deswegen ist das hier ein bisschen anders gestaltet so ich würde sagen wir verlieren keine zeit wir packen es aus bin mega gespannt wie es ausschaut von der qualität her und das schaut schon mal sehr gut aus wir haben ja ein glänzendes steelbook vielleicht wenn jetzt play on pictures da den vertrieb übernimmt dass wir dann wesentlich bessere produkte bekommen die von der qualität her besser sind so hier die technischen informationen dts hd master audiotonspur 135 minuten da geht es um natürlich den hauptdarsteller jan maddenproj oder wie der genau heißt hat sich unter 90.000 konkurrenten durchgesetzt 24 stunden rennen von dubai darf er dann mitfahren einfach ist es nicht haben wir ja im trailer schon gesehen ok hier ist auch noch mal ein klebestreifen dran geht aber ziemlich einfach ab so dann haben wir hier das frontmotiv nehmen das ganze ab dann hätte man sich eigentlich sparen können dass man hier noch mal zusätzlich das infoblatt beklebt noch mal durchlesen so hier die front schaut schon mal richtig geil aus gefällt mir sehr sehr gut hier von der seite das bein und dann hier das beckmotiv das schaut schon richtig klasse aus oh ja das schaut klasse aus wir haben hier in form des drehzahlmessers hier die gestalteten discs das schaut klasse aus das ist die 4k ultra hd der drehzahlmesser und dann haben wir hier in form einer folge das designgebäude das schaut klasse aus da haben sie sich richtig viel mühe gegeben hier sieht man es play on pictures dann playstation richtig klasse dann haben wir hier diesen richtig geilen innendruck schaut klasse aus gefällt mir also da muss ich sagen haben sie ein sehr schönes debug gemacht hier geht nichts nahtlos über hier sind es gedrängte bilder ja muss ich sagen kann man machen schaut klasse aus für jeden grand turismo und playstation fan ist der film absoluter pflichtkauf natürlich auch für alle rennsport fans weil sie haben wir eine sehr intensive kameraführung verwendet weil da haben wir auch die macher von grand turismo natürlich mitgewirkt ist natürlich ganz klar so jetzt seid ihr gefragt habt ihr den film im kino gesehen wie hat er euch gefallen und mögt ihr auch die grand turismo rei und natürlich playstation zu hause ich bin ja auch playstation kind deswegen ist es natürlich gar keine frage schreibt sie die kommentare ich würde mich darüber freuen da würde ich sagen sind wir im unboxing durch wenn es euch gefallen hat lasst ein like da ein abo nicht vergessen die glocke zu aktivieren und wir hören und sehen uns zum nächsten video macht's gut ciao ciao